Und da sind wir, Jeffrey. Okay, Lulu. Ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Lass doch mal deinen kleinen Zombie-Song hören. Ich tanze gern am Morgen und auch am Nachmittag. Und wenn es Essen gibt, dann futter ich immer Menschengehirn. Und manchmal beim Abendessen, da mache ich Salz auf das Gehirn und esse mein... das Gehirn. Dann stehe ich auf und tanze und bin einfach tot. Denn ich bin nur ein kleiner Kinder-Zombie. Das hast du dir doch gerade erst ausgedacht, oder? Es ist noch in Arbeit. Es ist nicht schlecht, aber ich würde mehr über Zombies singen, als es tanzen. Ja. Du bist nicht mein Boss. Ich bin ein Zombie. Du bleibst sofort stehen, Fräulein. Denn du bist meine Mitfallgelegenheit. Oh Mann. Ich werde einfach... Nein, meine Arme sind zu schwach. Ach, nützt doch alles nichts.